Der erste Zweig ist so weit entfernt, aber ich weiß, wenn ich nur den ersten Zweig erreiche, dann komme ich hinauf in den Gipfel, ich habe ihn auf meiner Leiter. Ich habe ihn noch nicht erreicht, aber ich werde ihn erreichen, wenn es auch nur ein Traum ist. Das ist sehr schön gedacht, das erste Zweig. Kannst du mit mir hinaus mir etwas fliehen erfüllen? Was sollen wir denn jetzt machen? Fliehen, reisen, weit weg. Reisen, aber wohin? In die Schweiz, zu den italienischen Seelen. Sie sind eine wunderbare Frau, viel zu gut für mich, aber sie wollen ihren Weg denn dadurch verlangen, dass sie sich einkriegen. Sie lieben mich, aber das tun sie nicht. Nein! Komm! So können sie mich nicht gewinnen! Welch,амен! Wir meldten, wir silfen Sie sich nicht so weit dabei. Wir melden uns das Gipfel. Ist wirklich wichtig und dafür soll es auch ganz spannend sein. Untertitelung des ZDF, 2020